Ich musste auf die Toilette, die war eine Etage höher und da war es also sehr ruhig gewesen und da hörte ich mit einmal Kettenrasseln auf dem Hof, Panzerkettenrasseln und ganz entfernt russische Wörter. Ich wusste also, die Russen waren da. Da war also kein Halten mehr für mich. Ich bin dann nach oben gelaufen, das war ja unten eine Treppe hoch, in die, ja, zu ebener Erd wird das gewesen sein, wenn das im Keller war, und bin dort einen Gang langgelaufen. Ich war also erpischt darauf, so schnell wie möglich die Russen zu begrüßen. Für mich waren die Russen ja doch, ihnen habe ich alles zu verdanken gehabt. Und ich komme in ein, öffne die Tür eines großen Raumes, ich denke, der war holzgetäfelt, und sehe am anderen Ende dieses Raums einen Tisch mit mehreren russischen Offizieren. Und das Interessante für mich war, ich habe mir Russen immer so, das muss mir die Nazi-Propaganda irgendwie eingeprägt haben, ich sah die immer in Fußlappen rumrennen und kaum Uniform tragen, zumindest zerlumpt und zerfleddert. Und weil ich dort plötzlich an Uniformen gesehen habe von den Russen, das war also für mich waren das Operattenuniformen. Ich habe sowas vorher nie gesehen. Das waren sehr hohe Offiziere mit breiten, handbreiten, goldenen Schulterstücken, mit graubraunen, langen Mänteln, mit knallroten Revair-Aufschlägen, breiten, knallroten Biesen an den langen Hosen. Das war für mich was ganz Erstaunliches. Und ich bin also freudestrahlend auf die Russen zugelaufen und habe ihnen gesagt, ich bin Jude, ich wurde von der Gestapo eingesperrt, meine Mutter ist im Konstellationslager Theresienstadt, und ich möchte mich ihnen zur Verfügung stellen. Kann ich etwas für sie tun? Gibt es irgendeine Arbeit, die sie mir geben können? Also zumindest der eine, mit dem ich sprach, der hat jedes Wort verstanden. Ich bin sicher, die anderen haben auch perfekt Deutsch gesprochen. Der hat also abgewinkt, Hilfe von mir brauchten sie nicht. Er hat dann einen Zettel genommen, hat irgendetwas draufgeschrieben auf den Zettel, was ich leider nie feststellen konnte, was es war. Ein anderer hat da einen dicken Stempel drauf gemacht, hat mir den Zettel in die Hand gedrückt, und damit war Weichluft für sie. Damit war Schluss. Dann haben sie sich ihren Gesprächen weiter gewidmet und ich stand da.